Reine, 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 reine. Wie, wie macht der das? Sind das Hacker? Na, oh ja, es sind ja... Ich bin auch Hacker geworden. Wie gut. Haha, gut. Au. Naja. Und jetzt bitte, bitte nicht wieder abstürzen. So, ich muss, ich muss das allein. Ich muss das allein. Okay. Gut. Wir sind der Beste der Besten. Sehr schön. Stalwart. Schande. Vertippt. Daneben. Sonst noch irgendwas? Ne, ne? SOS Barke brauchen wir diesmal ja nicht werfen. Kommen sie. Erst die Stalwart, bitte. Und dann alles weitere. Ist auf schnell eingestellt? Ne. Das schaltet sich komischerweise immer wieder zurück. I don't know. So, wo waren wir denn hin? Ja, das ist okay. Das ist ja hier ein Gemeinschaftsserver. Die Eichen. Richtig. Genau, da sind wir gestorben. Ist die gleiche Karte. Wirklich? Wie cool. Wow. Nice. Gut platziert. Exzellente Arbeit. Geschützturm. Wir benötigen ein Geschütz. Und Adler. Schicke einen Adler rein. Und... Noch ein Orbitalangriff. Oh. Stopp. Stalwart, bitte. Die Säures wegfetzen. Die Spockis. So ist gut. Saubere Arbeit. Exzellent. Oh, Schande. Warte mal. Er ist direkt ins Sperrfeuer vom Geschütz gelaufen. Alles cool. Drunter durch. Immer im Liegen arbeiten. Wenn Geschütze im Einsatz sind. Das hilft manchmal, glaube ich. Spocki. 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 Oh Gott, nein. Ich liege und Spocki kommt. Die Geschütze. Noch aktiv. Nein. Nicht sofort. Spocki. Spocki. Vorsichtig. Sauber. Schön. Wer hat den denn geordert? Noch ein Spocki. Durchladen. Hat sich ein Loch geöffnet. Mach dazu, ne? Hat er gemacht. Und jetzt die Eichen. Oh, oh. Da kommt noch wer. Aber hier gibt's bestimmt noch irgendwas zu holen. Ich folge auch. Ist kein Problem. Äh. Zumachen natürlich. Und weiter. Moni sieht auch gut aus. Vorsicht da hinten, Spocki. Spocki. Da. Everywhere. Orbitalschlag hier. Bitte. Wack. Das ist so gut, ey, Aua! Oh Gott, nein! Warte mal, wer war'n das? Diesmal war ich das nicht. Nein, diesmal war ich das nicht. Ich bin mir keiner Schuld bewusst, war ich auch nicht. Können ja auch mal andere Fehler machen. Wir haben alle mal einen schlechten Tag. Ups, hat er auch gesagt, hab' gerade im Chat. Ja. Aber wie gesagt, das kann hervorkommen. Geschütze hier 19. Komme ich hier rüber? Nein. Leider nicht. Aber wir kommen hier hoch, das ist gut. Wer ist Mord? Na, auf'n Sackmann. Wow. Das war ich, ne? Ich wollte eigentlich auf ihn werfen, aber das war offensichtlich. Glück im Unglück. Gute Arbeit. Aber da hinten kommen welche. Geschützi? Ja klar, warum nicht? Hätte ich auch oben hinschmeißen können. Das ist jetzt so. Notwendiger weiß ich nicht. Noch mehr Moni für alle. Alles cool. Na, komm schon. Wir brauchen sie jetzt, die Moni. Action! Sieht sauber aus. Cool, cool, cool. Mag er der? Weiß ich nicht. Positioniere Pin südöstlich. Weiter. Ran da. Oh ja, gute Idee. Und ich hau'n Adler hinterher für den Kleinkram. Ich wech sie ganz gerne. Bevor der Schlag kommt. Ganz kurz davor. Aber man darf es nicht. Nicht so früh macht man. Ansonsten laufen sie raus. Das will man nicht. Er springt um die Ecke. Und will die Granate reinhauen. Kommt dann Spooky oder so. Der spielt ganz schön offensiv. Hm, na. Haben wir's? Ja. Gebiet gesichert. Spooky. Ich wiederhole Spooky. Äh. Ah, 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 ah. Spooky. Lock. Verstärkung kommt. Da liegt noch eine Probe. Einige Proben. Spooky. Ziemlich zurück. Nice. Ah, ah, ah. Alter Schwede. Das hat wehgetan. Mhm. Ist okay. Adlerangriff. Nein. Nein, 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 nein. Wow. What the heck? Spritze. Und da kommt noch ein Spooky. Ist da irgendwer? Ne. Nein. Alles im grünen Bereich. Gebiet ist gesichert, ne? Ja, das ist gesichert. Da können wir auch gleich das andere hier machen. Können wir gleich alle fertig machen hier. Kipplauf, Schrotflinte. Ich bin nicht der größte Fan davon. Nein, schon wieder aus Versehen durchgeladen. Da, da kommen sie. Ja. Oh, perfekt. Da war noch ein Schuss im Lauf, gerade eben. Durch das versehentliche Nachladen. Was ich dann abgebrochen hatte. Ist das nicht cool? Wie in Echt halt, ne? Es war noch ein Schuss im Lauf. Mhm. Und Block. Da hinten. Wir müssen da rein. Die Löcher schließen. Der flitzt auch schon wieder. Na, wo will er hin? Links oder rechts? Dann nehme ich links. Okay, alles cool. Hat er reingeworfen. Verdämpftig. Ja, hat er. Exzellent. Und weiter. Mhm. Gewöhnliche Probe. Hier noch vielleicht? Nee. Könnte noch was sein. Mhm. Nee, ist alles durch. Dann in die Richtung. Kann man da was machen? Gegenhaut tatsächlich. Das geht. Bringt nur nichts. Nachschub. Gute Idee. Da alles durchladen. Mhm. Liberator auch. Ach ja, unsere neue Pistole. Okay, ja, ist eine Uzi. Wollte ich nur mal kurz ausprobieren. Spritze brauchen wir gerade nicht. Na gut. Lade nah. Das haben die bei Left 4 Dead früher auch immer gesagt gehabt. Also, sie haben es nie richtig zu Ende gesprochen. Oft haben sie es einfach dann kurz vorm Ende beendet. Lade nah. Und dann war Feierabend. Gut gemacht. Schöne Probe. Pillchen. Pillchen. Könnte oben auch was sein. Ja, stimmt. Wie ist er gerade bitte da? Wie ist er bitte da gerade hoch? Warum? Komm, komm. Er hat bestimmt eine Springklappe auch da oder so. Muss die Extrastufe nehmen da drüben. Okay. Oh, da liegt ein Vertibert. Im Biakieren. Aha. Rüber. Uber Credits für alle. Wie sieht es aus? Na ja, Scheine zumindest. Ein solider Anfang. Wem gehört die Drohne? Wem gehört die Drohne? Was ist denn das hier? Vorhin konnte ich das aufheben. Was ist das? Was zu essen oder so? Er kam da schon wieder hoch. Wieso? Wieso kann er das? Boom. Au, sauber. Schon gelöst das Problem. Und wieder zurück in die Hölle. Eierklappe die zweite. Spuckis, Fragezeichen. Na. Oh Gott. Wir brauchen ein Geschütz hier. Glaube ich. Wir benötigen hier ein Geschütz. Spucki. Na. Oh, das war gleich weggekommen. Vorbei. Er ist kommt. Ich auch. Das ist ja kurios. Das sieht sehr komisch aus. Das Geschütz steht obendrauf. Wie gut. Oh, Scheine, warte mal. Der ist draufgegangen. Macht das schon. Einfach draufhalten. Na, 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 na. Erledigt. Wurde er wieder weggefetzt. Nein. Wir sind alle da. Schön. Da geht doch. Warte mal. Das ist noch Platz für den Adler. Schicke einen Adler rein. Schicke einen Adler rein. Ja, mach das. Wenn man schon einen Adler aufhört. Ich muss nachladen. Sag das doch. Irgendwer hätte mich auch erinnern können. Wollen wir? Äh, Liberator. Ist durchgeladen. Ja. Na, 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 na. Komm schon, komm schon, komm schon. Eichen, Eichen, Eichen. Haut sie weg. So ist gut. Probe. Kommt der gleich ein Spooky. Kann ich beim Nachladen eine Probe aufheben, ohne das Nachladen abzubrechen? Offensichtlich ja. Oh, 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 oh. Sie kommen. Sie werden uns nicht einfach gehen lassen. Sie wollen ihre Rache. Wir haben ihre Babys umgebracht. Oh. Was ist denn das für ein Schwarm, bitte? Die sehen aus wie diese komischen Fledermauswesen. Die, hm. Die waren das nochmal. Bei Gears of War gab's die. Ja, nur dunkel, ne? Genau, richtig. Nur im Dunkeln. Na, Geschütz. Noch nicht. Kommt da wer? Da kommt wer. Block. Zerlekt sie. Komme ich hier hoch? Nein. Komme ich hier rum? Die Chancen sind auf jeden Fall schon mal höher. Granate. Nice. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Bauer aus, Schmucki. Geh weg. Geh einfach weg. Geh nach Hause, Leo. Es reicht jetzt. Du hast genug Bugs getötet. Alles in bester Ordnung. Ja, solide. Hm, 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 hm. Ist nur noch nach Hause, ne? Ja, ist nur noch nach Hause. Markiere Karte. Ja. Aber zu Hause ist da drüben. Der blaue Strahl von oben. Hoffnungsvoll blau. Für die Mad Shine. Ach, Herr Schimpf. In der Hocke haben wir... Ach ja, in der Hocke haben wir jetzt viel mehr... Ich sollte nicht öfters hinhocken. Haben wir viel mehr Kontrolle. Über unsere Waffen. Durchladen. Nachschub. Warum eigentlich nicht? Hm, 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 hm. Komm gleich. Bin gleich da. Schön durchladen. Wie blutig wir sind. Aber wessen Blut haben wir hier eigentlich gerade? Auf dem Umhang. Wir sind doch... Rotbluter. Warte mal, da ist noch was. Was möchte ich uns noch gönnen? Ist das da rausgefallen? Kann das sein? Aus dem Verti-Bird? Ja, habe ich. Tatsächlich. Äh, Flammenwerfer. Nö. Bräunig. Kippen. Auch nicht. Das sind besonders große Kippen. Die kann man nur in Gruppen rauchen. Na. Na ja, er ist durch, Mensch. Lasst uns... ...die Operation beenden. Brander. Blut. Es geht los. Haben wir Geschütze hier am Start? Komm ich hier hoch? Komm ich hier hoch? Nein. Warum komm... Ja, Gott. Wir sind hier. Wir wollen uns töten. Wir wollen unsere Augen trinken. Wir wollen unsere Augen trinken. Ah, hinter mir. Rein, 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 rein. Wie macht der das? Sind das Hacker? Na, oh ja. Ich bin auch Hacker geworden. Wie gut. Gut. Oh. Na ja. Jetzt können wir nur hoffen, dass uns irgendwer wieder ins Spiel reinholt. Komm schon. Bitte. Nein, nein, nicht da. Nein, nicht direkt zu Spooky. Oh, ich bin auf dem Berg gelandet. Das geht in Ordnung. Geschütze. Hm. Ja, auf das Haus da, bitte. Nein, ich hab jetzt... Schande. Ich hab meine Stalwart nicht mehr. Die liegt da unten. Da liegt sie schön. Dann hier hin, bitte. Oh, die überrennen uns ja richtig. Wie gut. Das Haus wurde zerlegt, aber... Aber das Ding ist jetzt folgendes. Und warum? Was? Wie bitte? Warum zur Hölle? Warum zur Hölle? Ist meine Stalwart da unten gelandet? Wie konnte sie nur... Liegt sie... Ja, sie liegt da. Soll sie mir. Stalwart-Power. Back in Action. Nein, nein. Werf nicht. Werf nicht. Waffenwechsel. Maximale Geschwindigkeit. Ich lege mich hier hin. Dann kann man über mich hinweg schießen. Man kann auch offen liegen, kann man hier... Ist er tot? Man kann auch offen liegen hier sehr schön... die... Die... Na ja, die Dinger hier werfen. Kommt auch wer... Das gleiche da, ne? Zeit. Doch sicher. Sicher bin ich mir da nicht. Oh nein, die sind alle gegangen. Schiffsmodul. Ja, bitte. Lizenz zur Nutzung von Spenden. Oder Upgrade der Zielerfassungssoftware. Mh, 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 mh. Nein, die benutzen wir aktuell. Alle nicht? Sonst doch irgendwo war es dynamische Erfassung? Haben wir auch nicht. Ach, schade. Was ist mit den Spenden? Erwirbt den dauerhaften Zugang zur Munition, die aus dem Unterstützt unserer Heldenfront stammt, an denen patriotische Familien Angehörige Material für ihre Lieben an der Front spenden können. So, erhöht die Anzahl an Magazinen, die jeder Unterstützungswaffe beiliegen. Ach, na ja. So, was ist das jetzt? Das erhöht nicht die Munitionskapazität, ne? Da ist nur von vornherein mehr Munition drin, wenn wir sie anfordern. Explodierende Schrapnelle. Naja, dann spare ich lieber noch. Das können wir uns später holen. Adler ist cool. Abklingzeit reduzieren. Benutze ich sehr gerne den Adler. Hm. Nein. Nein, nein, nein. Wir sparen. Ich bin unschlüssig. Dann soll man kein Geld ausgeben? Nein, machen wir nicht. Wir wollen lieber was anderes ausgeben. Sind hier neue Sachen dazu gekommen? Nee, noch nicht. Sag ich mal bitte. Äh, das war nur optisch, ne? Wollen wir nicht? Sechse. Scharfschütze. Körperpanzerung. Was brachtest du nochmal? Noch mehr Panzerung? Ist okay. Nimm wir mit. Dankeschön. Probieren wir auch gleich aus. Wieder mit dem weißen Helm ausrüsten. Macht er ja gleich dann, ne? Das ist ja toll. Das gibt's ja nicht. Technik, die begeistert. Ein bisschen wummsiger durch die Gegend ziehen. Und den weißen Helm wieder. Weil er Kohle gekostet hat. Und das ist der beste Umhang, wo gibt aktuell, den wir haben. Und nun checken wir das nochmal nach. Komplett raus. Was ist denn hier los? Wo werden sie sich einmischen? Wir müssen auch weiter in Angels Venture ackern. Machen wir sehr gerne. Aber ich möchte Stürmer auf. Nicht schon wieder. Der galaktische Krieg wartet nicht. Das zählt dann natürlich nicht, ne? Wenn der das nicht richtig tracken kann. Da sind wir jetzt auch gerade nicht angemeldet. Beim Anti-Cheat-Schutz. Da gibt's bestimmt jetzt schon wieder Hacker. Ja. Die durch die Gegend fliegen. In ihren Autos. Sind wir jetzt wieder up to date? Ich check das mal. Uberstore. Ja, Geld könnten wir wieder ausgeben. Das ist schön. Das freut uns. Stürmer. Äh. Da ist schon einer. Da war schon einer. Mittel. Die Stürmer gibt's Lust. Also ich hab vorhin die Stürmer nur gesehen gehabt auf dem mittleren Schwierigkeitskran. Ich würde ja gerne meinem Team, den nächsthöheren, angehen. Aber da gab's dann schon gar keine Stürmer mehr. Da gibt's diese, die dicken Säurespucker. Ich glaube, das sind dann nochmal etwas härterer als die, die wir schon kennen. Das sind nur die kleinen Trägen. Ja. Keine Stürmer zu finden. No way. Aber bei Mittel wieder. Block. Wir gehen auf Mittel. Und schon sind hier Stürmer. Nimm mich mit jetzt. Ist okay. Oh, schade. Hätte ja sein können, dass wir mitmachen dürfen. Nochmal. Es geht. Vielleicht wird's diesmal gezählt. Okay. Ist in Ordnung. Es kann doch nicht sein, dass es dann nur gezählt wird, wenn man wirklich den letzten finalen Schuss abgegeben hat. Nein, man muss ihn sogar komplett alleine die Energie abziehen. Irgend so was in die Richtung. Bestimmt. Videospiellogik. At its best. Wir sind noch nicht voll. Wir sollten warten. Wir sollten warten. Ich hab doch... Hab ich nicht. Mein Outfit gewechselt. Eine Sekunde. Ich hatte doch gerade eben... Ja. Und? Der Dicke. Recht. Der Dicke. Ist umgezogen. Ja. So ist schön. Oh. Ich will auch orangenen Kram haben. Verbündeter zu Schwerer gegen Geschwader. Aktiviere auf die Tadies. Voll wie die Haubizen. Und wollen Stürmer killen. Auf Angels Venture. Weil's dafür extra Kohle gibt. Ein Gruppenzieher. Und ich frag mich immer noch, warum ich den Landeort nicht so richtig anklicken konnte. Er kann das jetzt sofort, ne? Ne. Er wundert sich auch. Wie wär's hier? Versucht er gerade, ne? Hm-mm. Er kann nicht klicken. Gleich klickt er rechts. Und dann gehen alle wieder raus. Das ist komisch. Obwohl da noch nicht steht. Feindpräsenz. Jetzt geht er raus. Dachte ich gerade. Na gut. Wie dem auch sei es. Ne ganz mysteriöse Geschichte. Wir nehmen die Starboard mit Geschützi, Adler und Orbitalpräzisionsschlag. Nämlich. Action. Ah, Jetpack, ne? Hat der nicht... Das ist doch Jetpack, oder? Er hat das schon. Level 9. Wir müssen uns ranhalten. Aber ich glaub, man wird ja sowieso nur mit Leuten zusammengewürfelt. Mit denen man so ungefähr Pi mal Daumen auf einem Level ist. Einer ist noch nicht bereit. Einer war noch nicht bereit. Aber nun sind wir alle bereit. Bereit zu töten. Für Übererde. Und die Demokratie. Ula! Aber jetzt fällt mir auch nichts mehr ein. Aber ich hab nur einen Kaffee. Das wird eine tolle Mission. Und Cola hab ich auch getrunken. Während die Kaffeemaschine durchlief. Also die Petmaschine. Und... Was macht ihr so? Was trinkt ihr gerade? Striker, ja. Klappe die zweite. Mitten in der Nacht. Es ist schlimmer als jemals zuvor. Äh... Hier. Ne, mich. Brauch ich dich. Irgendwer hat hier... Oh Mann. Nein. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Fokus. Das letzte Loch. Es muss... Naja, das vorletzte Loch muss geschlossen werden. Oh, meine Star Wars ist schon wieder auf langsam eingestellt. Frechheit. Da, Granate. Da kommen sie raus. Und von da oben kommt noch einer. Kurze Granate reinfeuern. Gilt das? Nein. Gilt nicht, aber die... Ja, die auch nicht. Auch nicht. Verdammt nochmal. Da geht doch. Ist er tot? Fast. Erstmal wieder reinkommen. Hat überhaupt nicht lange gedauert, ein neues Team zu finden. Überhaupt nicht. Äh, Moni sieht noch gut aus. Dann ist er okay. Äh, weiter. Wir gehen rein. In die Hölle. Vorräte. Gute Idee. Habe ich auch gerade dran gedacht. Dann durchladen. Mhm, mhm, mhm. Ist durchgeladen. Liberator auch. Spritze. Und Randa. Ist das genug für alle da? Hier könnte er schon irgendwo sein. Oh, wow, wow. Habe ich getroffen. Ausnahmsweise. Oder war das alles möglich? Da war ich wohl etwas zu voreilig mit dem Geschütz. Aber es wird uns den Rücken decken. Das ist auch eine Menge wert. Da ist er, ne? Der Dicke. Ja, da ist der Dicke. Der Stürmer. Der Stürmer. Randa. Oh, ist wieder abgeschlossen. Sauber. Also Orbital Strike. Und dann, naja, dann behindert man ihn so ein bisschen. Dass er nicht einfach weg kann. Durch den Beschuss wird er langsamer. Da kann man ihn so ein bisschen festnageln. Alles gut. Wir müssen da rein. Da ist der beste Kram. Adler. Ziel abgeschlossen. Rettungskapseldaten hochgeladen. Was ist da gelandet? Was genau ist da jetzt gelandet? Ein Geschütz. Ja, ein Geschütz. Vor denen sollte man sich wirklich in Acht nehmen. Oh, oh, oh. Er zerläuft. Wirklich? Nehme ich auf? Ja, Gott sei Dank. Das muss doch die Welt sehen hier. Held da über zwei Granaten los. In die Löcher damit. Und Block. Mhm. Ulla. Oh, 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 oh. Fast hat er mir in den Kopf geschossen. Krass, Mann. Von hinten wieder, ne? Eine Minute, bis unser Geschütze wieder am Start ist. Ich folge dem Team. Oh, diese Atmosphäre hier. Das ist so geil hier in dem Spiel. Aber wirklich, ne? Im Dunkeln ist gut munkeln. Stalwatch. Walmart ist durchgeladen. In die Richtung. Ist da der nächste, dicke? Oh, Schande. Orbitalschlag. Und Adler und so. Und dann ran hier. Ran an den Mann. Da, da kann ich doch eine Granate von hier oben reinwerfen, oder? Äh, ja. Hat gereicht. Lock. Und das nächste Loch. Oh. Oh, oh, oh. Nächstes Loch, bitte. Ich hab keine Granaten mehr. Leider nicht. Leider nicht. Komm gleich, die Granaten. Keine Panik. Ich bleib kurz hier. Gebiet gesichert. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Äh, durchladen. Wenn wir schon mal dabei sind. Ja. Nice. Jut, jut, jut. Aber er ist noch hier, oder? Ne, den haben wir ausgelöscht. Den hier drüben haben wir ausgelöscht. Es ist zwar noch als Gebiet gemarkert, aber wir müssen... Wir müssen woanders hin. Der nächste wartet auf uns. Wird das hier schon angezeigt? Warte mal, stopp. Genau, stimmt. Nicht, dass das wieder nicht gilt. Aber die Mission ist sowieso gerade sehr cool. Äh, nein. Null von drei Stürmern. Man muss wirklich, glaube ich, den absoluten finalen Todesschuss geben. Aber jetzt ziehen wir die Mission erstmal durch. Hoch hier. Hochgetingelt. Habt ihr schon angeschmissen? Äh, sehr dunkel hier. Ich drück mal, ne? Das ist alles Wartezeit. Und ran. Block. Wie viel Uhr? Achso, wird er später angezeigt? Ich setze ein Geschütz. Ne, doch noch nicht. Achso, ich bruch. Das ist aber wirklich übeldunkel heute. M-m-m. Adler. Läuft noch. Schande. Aber zumindest keine Spookies. Das ist schon mal viel wert. So, Terminal checken. Oder wird das nochmal angezeigt? Oder kommen sie jetzt, ey? Na. War richtig, ne? Ach, Schande. M-m-m. Nein, da kommt niemand mehr. Alles cool. Äh, es ist... Es ist 10 Uhr. 10 Uhr. Und Block. Nein, da lang. In die Richtung. Bis es Palenken macht. Das reicht, ne? Und jetzt Knöpfchen. Hast du? Wie viele? Es war 10 Uhr. 10 Uhr. Die unterhalten sich wieder, ne? I don't know. Ganz kurios. Mhm. Und nun? Nein. 10 Uhr. Aber er muss es auch noch lernen, ne? Wir mussten das alle irgendwann einmal lernen. Jetzt ist gut. Exzellente Arbeit. Und nun? Naja, dem Team folgen. Der zweite Stürmer wartet noch. Aber, ey, das ist aber auch jetzt ganz kurios, ne? Nicht, dass das einfach ein Bug ist oder so. Wir eliminiere drei Stürmer. Aber keiner hat bisher gezählt. Und den einen habe ich 100%ig mit dem Airstrike gekillt gehabt. Vor einigen Folgen. Aber naja. Was willst du machen? Der Marker ist da vorne. Und dann gehe ich mal. Dann folge ich mal dem Kommando. Kommen sie hier. Sind alle da? Der Party-Trupp ist vollständig. Oh, da hinten warten sie schon auf uns. Vorsichtig. Pssst. Oh, ja. Okay. Orbital-Schlag. Und vielleicht Geschütze. Aber naja. Muss ja auch nicht unbedingt sein. Habe ich Granaten? Gebiet gesichert. Alles wurde zerstört. Und glibbert jetzt viel, viel weniger als vorher. Oh, das ist ein Temporärloch. Ein verbacktes Temporärloch. Die buddeln sich hier durch die dünne, sandige Erde. Aber jetzt ist gut hier. Es reicht. Kann man nicht schließen. Oh, die Dicken. Oh. Oh, warte. Muss auch vorsichtig sein. Nicht, dass ich hier irgendwen in die Schussbahn laufe. Durchladen. Alles cool. Wir haben noch keinen neuen Marker. Hat er gemacht, ne? Guter Anführer. Da kommen bestimmt noch neue Gegnerfraktionen rein ins Spiel. Wie viel gab es beim Original-Helldiver? Meine letzte Session ist... Oh, mindestens. Weiß ich nicht. Wann kam das raus? Ich glaube 2015 oder 16 habe ich das das letzte Mal gespielt. Das ist ewig her. Aber egal. But anyways. Geschützt jetzt. Das ist der Dicke, ne? Genau deswegen sind wir hier. Wegen dem Dicken. Da, Weinchen. Pochen. Muss ich ihn festsetzen, ne? Dann. Ach, guck mal. Kannst du anpinnen. Ach so. Das ist ja super. Ja, bitte Orbital-Sack. Also wenn man... Was weich ist, abisch. Vorsichtig. 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 Uh. Verdammt nochmal. Gut gesprungen. Äh. Verstärkung. Oh, Backe. Oh, Backe. Ich wurde schon gerufen, ne? Ja. Alles cool. Alles cool. Da ist er wieder. Draufhalten, draufhalten. Äh. Er rennt ja hinterher. Man kann ja auch ins Maul schießen, habe ich gerade festgestellt. Zählt wieder nicht für uns, ne? Aber da steht, Stürmer eliminiert. Das zählt auch als Ziel. Wird irgendwie nicht getrackt. Es ist wirklich... Also ich vermute es... Ich vermute... Es ist... Es ist wirklich so. Oh Gott. Ein mörderisches Geschütz. Da kommen noch mehr. Da drüben, ja. Aber nur ein paar, ne? Ja, da ist... Da ist bestimmt guter Kram. Ja. Proben und so. Wir brauchen sie. Für die Forschung. Für unsere Schiffchen. Sind hier noch Löcher? Irgendwo. Hallo? Ist hier noch wer? Von der... Von der... Tyra... Von der Arachnoiden-Fraktion. Tyraniden. Tyraniden sind es. Nicht vergessen. Na, wollen wir... Ja. Okay. Ich komm ja schon. Ich hab... Ne dicke Panzerung, habe ich. Die macht mich langsamer. Also... Wenn Sachen laufen und so. Ach, da ist gleich. Die Evac. Sehr schön. Man könnte jetzt nach Solo hier reingehen. Nochmal die Striker-Mission probieren. Aber ist okay. Es ist in Ordnung. Lasst uns lieber mal einfach den nächsten Schwierigkeitsgrad ausprobieren. Just for fun. In einem Team. Hier auf dem Planeten, wo gekämpft werden soll. Hoch hier. Äh. Geschützt. Von wo kommen sie? Okay. Ähm. Ne, das kriegen wir da nicht hoch. Irgendwo da unten hin. Na? Ja. Nice. Und jetzt hier schön die Ecke sauber halten. Hier sehen sie uns nicht. Da hoch in die Hocke. Na, nicht hochkommen. Es ist gut. Das ist mein Place hier. Mein Place to be. Da kommen noch welche, ne? Ja. Ja. Eine Minute. Das kriegen wir hin. Nachschub. Hat jemand schon auch? Oh, Wahnsinn. Wie geil das ist, wenn es einfach mal dunkel ist. Vorsichtig. Ich brauche Money. Jetzt. Was ist denn das bitte? Rucksack. Wie bitte? Hier gibt es Rucksäcke. Munition. Ja. Versorge dich über die Rucksack-Funktion mit Nachschub. What the heck? Jeden Tag was Neues hier. Das ist ja schön. Na, meine Freunde. Pluck. Na dann mal los. Willst du da ins Feuer laufen? Übel. Noch drei Sekunden. Aber wieder keine Striker eliminiert. Sehr schade. Sehr korrig. Aber ich tippe mal darauf, dass das hier nicht so richtig online eingetragen wird. Oder es ist halt wirklich doof gemacht und man muss wirklich den letzten Treffer landen. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Alles Work in Progress. Aber das verzeihen wir hier, diesem wunderbaren Spiel. Und schon sind wir wieder zu Hause. Mal gucken. Nein. Wird nicht richtig gezielt. Ich weiß nicht warum. Das sind die Stürmer. Wir haben geguckt gehabt. Oder gibt es auch noch Roboter-Stürmer? Hä? Nicht, dass es von jeder Fraktion einen Stürmer geben würde. Aber nee. Das glaube ich nicht. M-m. No way. Wir machen weiter. Ja. 66 Proben. Vier Medaillen. Und 4.800 R. Das ist mehr als vorher. Taktik aus Rüstung. Schiffsmodul. Ja. Noch nicht. Noch nicht. Nein. M-m. Nein, 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 nein. No way. Und hier könnten wir Orbital-Luft-Stoß-Angriff. Was ist das? Quasi wie ein Schrotflinten? Schuss aus dem Himmel oder was? Das ist ein Projektil, das in der Luft explodiert und einen tödlichen Schrapnellregen verursacht. Nicht wirksam gegen starke Panzerung. Oh, naja. Also man kann schon was damit anfangen. Das würde man nehmen statt. Anforderungszeit 2 Sekunden. Das ist gut. Genauso wie das Gatling. Orbitalfeuer. Aha. 120 mm HE Orbital-Sperrfeuer. Eine präzise Artilleriesalve auf ein kleines Gebiet. Perfekt geeignet, um konzentrierte feindliche Einheiten auszuschalten. Das ist recht groß, ne? Also das Einsatzgebiet. Nicht verkehrt. Adler. Oh, Adler. Adler. So. Tieffliegerangriff. Anforderungszeit 0 Sekunden. Das finde ich sehr wichtig. Dass man das quasi wie... wie wirklich einen direkten Zauber verwenden kann. Luftschlag. Auch 0 Sekunden. Das ist Vorteil Adler, ne? Streubombe. Anwendungen 4. Das ist fett, ne? Finde ich nicht verkehrt. Hm. Aber Luftschlag. Ich glaube, damit könnte man eventuell auch Löcher und sowas schließen. Vielleicht. Mit der Streubombe nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Gibt es sonst noch was? Orbitalgasangriff. Können wir die vergasen? Dann schlafen die alle ein, oder was? Wie bitte? Vorratspaket. Oh. Vorratskisten, die Munition enthalten. Plus ein Rucksack. Mit dem du die Kisten an deine Helldiver-Kollegen verteilen kannst. Man könnte richtig Support-mäßig unterwegs sein. Gatling-Geschütz. Oh. Ja. 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 Auf jeden Fall. Geschützi. Auf Steroide. Wie gut. Ja. Ohne Frage. Nimm ich sofort. Gatling-Geschütz. Wir machen weiter. Wir wechseln mal wieder die Klamotte. Wir wollen ein bisschen. Ich sag mal. Fixer unterwegs sein. Wir hatten noch die hier neu gehabt. Und die mit einem anderen Helm. Ja. Passt irgendwie nicht, ne? Also weiß auf grün. Ich glaube nicht. Ich denke, das sollten wir sein lassen. Dann hier den Motorradhelm. Motocross-Helm. Nehme ich. Und dann probieren wir uns mal. Die Feinde der Freiheit rücken. Mit einer weitaus schlimmeren Mission. Anspruchsvoll. Oh, hier. Säure-Titan eliminieren. Ich weiß noch nicht mal, was ein Säure-Titan ist. Ich glaube, es wird Zeit, das rauszufinden. Sind noch alleine. Ist okay. Wir machen mit. Los geht. Ach so. Sag das doch. War nicht beitretbar. Habe ich jetzt gerade gar nicht gelesen. Interkontinental-Rakete starten. Könnte man machen. Da sind schon zwei drin, ne? Oder hier. Terminiden-Schwarm ausschalten. Zehn Minuten. Ach, geht auch nicht. Schade. Schade. Aber da gibt es ja verschieden lange Missionen. 40 Minuten. So eine Quickie-Mission zwischendurch ist auch mal ganz nett. Aber hier ist gerade wenig unterwegs auf dem anspruchsvollen Schwierigkeitsgrad. Was ist mit schwer? Schwer soll es übel werden, habe ich gehört. Aber das kommt, glaube ich, auch auf die Ausrüstung an, ne? Wer ist da? Oh, stopp. Oh, stopp. Entschuldigung. Wollte ich nicht. Wir bleiben erstmal bei bei anspruchsvollen. Suchen und zerstören. Geht auch nicht. So kaputt aktuell noch. Aber das ist nicht schlimm. Wie gesagt, das verzeihen wir diesem Spiel. Nein. 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 Hier vielleicht. Eier. Ja, ich wäre zu allem bereit. Hauptsache anspruchsvoll. Jetzt. Oder vielleicht jetzt. Jetzt. Naja, ich schneide das zusammen. Und Likes erwähnen. Das mache ich immer so ungern. Aber es gehört leider nun mal dazu. Der Algorithmus braucht Feedback und zwar von euch. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.